Das schwarze Schaf tanzt voll aus der Reihe und ist genau auf dem Bild. Wenn ich da so filme, da bleibe ich einfach stehen und schaue mir das Schaf an und nicht auf die Kamera. Wenn es einen Schritt vorgeht, dann muss ich an die Kamera nach. Aber bis jetzt steht es genau drauf. Es ist aber gut, dass wir dahergekommen sind. Gegenlicht haben wir das zwar nicht optimal.